wieder Hüppel, 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 Hüppel machen Ich hab wirklich schon mal eine Runddauern Das ist doch normal, ne? Gleich früh, wenn ich oben bin, mit dir scheiß gerade mir Ich könnte meine Mutter wirklich schon mal eine Runddauern Also so viel, wie die ist Also ich esse auch schon fettige Sachen Aber nicht so viel, wie meine Mama Also ich bin ja noch gesund, ich kann es mir glauben Tu mir mal ein bisschen Cola, ich hab keine Los! Gebt! Ich hab Durst! Gebt! Nach der frittierten 5000 Kilokalorien Mahlzeit 5000 Kilokalorien Mahlzeit Darf ein vernünftiger Nachtisch nicht fehlen Hallo! Hast du Kuchen mitgebracht? Hüppel Wolle, der regelmäßig zu Besuch kommt Und Annegret gerne mal mit ganz besonderen Geschenken überrascht Da kann ich ja wieder Hüppel, 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 Hüppel machen Ah ne, jetzt noch ich erst mal Du kannst doch von mir, du schlauern zu Kannst doch von mir aus raus, interessiert mich nicht Ich brauche erst mal eine Zigarette Mama Ja, get dancing! Euer heard Mia Ich Oke Ich Vielen Dank.